Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Rod Michael Junior und im heutigen Video möchte ich etwas über die Partnerschaft, die wir mit OnOffice haben, erzählen, damit sie auch da genauer Einblicke kriegen, was wir auf OnOffice machen und wie sie davon auch profitieren können. OnOffice werden Sie als Immobilienmakler sicherlich kennen, ist eine der führenden, wenn nicht sogar die führende Maklersoftware, mindestens im deutschsprachigen Raum, zum Teil sogar auch schon darüber hinaus. Und wir sind seit über einem Jahr Marketingpartner von OnOffice. Wie ist das gekommen? Ja eben auch, weil ein Partner von uns sehr eng mit OnOffice zusammenarbeitet und er hat OnOffice gesagt, hey, diese Firma müsste als Partner haben, die wissen wirklich, wie Digitalisierung geht, die wissen wirklich, wie Online-Marketing im Maklerbereich geht. Und dann sind wir dann eben mit OnOffice auch in Kontakt gekommen, haben mit verschiedenen Leuten auf verschiedenen Ebenen auch gesprochen, haben genau erzählt, was sie tun, wurden auch sehr intensiv geprüft letzten Endes. Und damit haben sie doch gesagt, hey, nein, Jungs, genau diese Expertise, die brauchen wir jetzt und es wäre super, wenn ihr die auch an unsere Partner oder an unsere Kunden mit auf den Weg geben könnt. Und dann haben wir begonnen, haben regelmäßig Webinare gemacht, machen auch jetzt noch regelmäßig Webinare von OnOffice, wo wir einfach auch immer wieder die neuesten Einblicke zum Thema Digitalisierung mit auf den Weg geben, wo wir wirklich versuchen, auch hier allen OnOffice-Kunden wirklich diese Fähigkeiten, die heutzutage eben auch wirklich notwendig und gebraucht sind, der Digitalisierungskompetenz mit auf den Weg zu geben, zu zeigen, was macht gute Digitalisierung aus, wie komme ich wirklich über das Internet an neue Verkaufsaufträge ran. Also wir suchen auch hier wirklich den OnOffice-Kunden ein möglichst breites Wissen mit auf den Weg geben zu können, damit die eben auch diese Marktmöglichkeiten, die sich ergeben, die auch immer wichtiger werden, möglichst gut nutzen können. Auch ist es natürlich so, dass wir auch viele Partner von uns haben und eigentlich die meisten von uns haben, die mit OnOffice arbeiten. Wir empfehlen OnOffice auch weiter, zum Beispiel für Webseitenerstellung, empfehlen OnOffice sich auch weiter als Makler-Software, also einfach auch sehr, sehr fortgeschritten sind, weil sie sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und es ist wirklich eigentlich eine symbiosische Zusammenarbeit, sage ich einmal, wo sich sehr viele Synergien ergeben, dass eben auch wir die Expertise an OnOffice und an deren Kunden weitergeben. Gleichzeitig sagen wir eben auch unseren Partnern und zeigen denen auch die Vorteile, wenn sie mit OnOffice arbeiten. Und so können dann eben auch beide Firmen und am Ende vor allem auch sie als Endkunde am meisten davon profitieren. Das einmal zur Partnerschaft mit OnOffice. Falls Sie OnOffice ja noch nicht kennen oder nutzen, würde ich Ihnen das unbedingt empfehlen, genauer anzuschauen. Link haben Sie direkt unterhalb von diesem Video. Wenn Sie über uns erfahren möchten, dann natürlich auch sehr gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Werde ich Ihnen auch in die Videobeschreibung reinpacken. Und ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt auch einmal einen genauen Einblick geben, wie wir und OnOffice genau zusammenarbeiten. Ich wünsche Ihnen jetzt natürlich einen wunderschönen Tag weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Robert Michel Junior. Vielen Dank für's Zuschauen.